Hi Mädels, ich habe ein Outfit-of-the-day-Video für euch. Yay. Es ist eigentlich ziemlich neu. Also ich hatte das heute nicht an, sondern ich habe das eigentlich gerade übergeworfen, weil ich gerade mein Haul-Video gedreht habe. Und ja, weil ich das Outfit eigentlich ganz cool finde und diese Mütze einfach gigantisch geil finde, dachte ich, ich drehe mal ein Outfit-Video, weil jetzt gerade bist du dabei. Ja, die ist aus dem Sale. 3 Euro, H&M. Hemd, Herrenabteilung bei den Männern. Ebenfalls Sale 10 Euro. Sehr schön. Also lange Ärmel eigentlich. Aber ich finde, bei Mädels sieht das besser aus, wenn es hochgeschoben ist. Also generell sieht es besser aus, wenn es hochgeschoben ist. Und ja, bei Mädels erst recht, weil das fittet das Ganze so ein bisschen. Also man sieht ein bisschen mehr Kontur dann nachher durch die Arme. Und weil es etwas weiter ist. Es ist schon S von der Größe her. Also M wäre, denke ich, auch zu breit. Aber mit S sitzt es super an den Schultern. Das ist so ein grün-blau kariertes. Sehr schön. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Für 10 Euro super. Darunter ganz schlicht und einfach ein schwarzes, schwarzes. Ein graues Spaghetti-Top von H&M ebenfalls. Nicht Sale. Wie immer halt, ne? Hose ist von Zara, ist schon alt. Mit den Löschkens und so weiter. Und die Schuhe sind von Bärpaar. Ja, Bärpaar. Gott, ich muss die ganze Zeit in den Spiegel gucken. Nicht irritieren lassen. Grün, grau-grün so ungefähr. Total genial. Wirkleder und dann innen drin mit Lammfell. Also hauptsächlich Lammfell und dann irgendwie noch was anderes dabei. Wolle oder so. Ach, Wolle. Ja. Naja, auf jeden Fall so ein Gemix. Und hammer warme Füße. Ich hatte noch nie so warme Füße. Richtig genial. Richtig genial. Naja, und das war es eigentlich schon. Naja, Wütze und dann halt Armbänder. Ich glaube, ich muss mich nach vorne holen, weil ich jetzt kein Licht habe. So, ich glaube, so ist es besser. Also Arme. Meine absolute Lieblingskombi im Moment. Die wollte ich euch sowieso die ganze Zeit zeigen. Meine Michael Kors Uhr. Die schwarze Keramik. Und dann Armbänder von H&M aus der Männerabteilung. Mit diesen toten Köpfen dran. Die habt ihr mit Sicherheit schon häufig gesehen. Den habe ich selber gekürzt, weil sie zu groß waren. Dann habe ich einfach ein neues Gummi durchgezogen und das halt kleiner gemacht. Ein paar Perlen rausgenommen. Dann von Primark dieses Leder-Nieten-Band. Sehr nice. Trage ich immer so als Kombination in der letzten Zeit. Und ebenfalls von H&M aus der Männerabteilung. Dieser Arm reift. Den kann man leicht auf und wieder zubiegen. Das heißt, der kann halt auch für Mädels gerade von der Größe her zurechtgewogen werden. Und zum Drantünen ist das auch ganz nett. Ich habe dann immer den Schlitz vorne. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Äh, ja. Dann als Kette meine... Meine... Meine Namenskette. Ah, ich war's.de Oder nett. Ich schreibe es euch unten mit rein. Habe ich euch mal ein Video drüber gemacht. Das ist diese Conscious Kreuzkette da. Sehr schön. Also ich mag die wirklich sehr, sehr gerne leiden. Hätte ich gar nicht gedacht. Habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt. Naja, auf jeden Fall habe ich, ähm, von Komplott oder so, glaube ich, diese Ohrringe sind auch schon alt. Und das war's an Schmuck. Auf dem Gesicht habe ich von NYX einen Lip Pencil. Ich habe mal eben so ein bisschen das zusammengesucht, was ich drauf habe. Also, von NYX den, äh, Lip Pencil in Fuchsia. Ganz einfacher, sehr, sehr schöner pinker, ähm, Lip Liner. Dann als Lippenstift drüber von Rival de Loup. Die, äh, 107 von den Velvet Lipsticks. Also diese matten. Stehe ich ja eher drauf als diese glänzenden Lippenstifte. Und deswegen sieht ganz gut aus. Dann auf den, äh, auf den Wangen habe ich von MAC einen Cream Blush in Britwit. Den konnte ich mir mal so aussuchen. Deswegen, den gab's, glaube ich, in der Limited Edition. Und auf den Augen habe ich, ähm, unter anderem den P2 Metallic Style Pencil oder so. Sind diese, wie diese NYX, äh, Jumbo Pencil. Ähnlich, nur antrocknend, also wasserresistent. Halten sehr gut. Also muss ich auch sagen, kann man schön auch mit dem Pinsel auftragen. Ähm, so als Lidstrich geht das auch. Und, ähm, ja, habe ich halt oben an dem Wimpernkranz so ein bisschen nach außen, nicht als richtigen Lidstrich, sondern so ein bisschen nach hinten außen hochgefedert. Und dann, ähm, man sieht das jetzt nicht mehr. Ich habe es heute Morgen aufgetragen. Ähm, innen von Catrice, Mr. Coppersfield. Und, ähm, außen so ein bisschen, aber nicht bis in die Lidfalte, sondern nur am Wimpernkranz ungefähr, ähm, Go Charlie Brown von Catrice. Und unten am Wimpernkranz ein dunkelbraun, ähm, dark brown ist das, glaube ich, von NYX, der, äh, Kajal. Ja, das habe ich drauf. Also mehr habe ich, glaube ich, auch gar nicht drauf. Ja, Mascara, etc., hellen, ähm, jetzt habe ich das hier drauf. Aber es passt farblich auch schön zum Hemd. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich muss mal gerade gucken, ob ich was vergessen habe. Tu ich ja gerne. Ja, Outfit. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ist ja mal wieder ein bisschen legerer. Und, äh, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.